So, herzlich willkommen zu meinem 59. Let's Play von World of Warcraft. Ja, ich bin jetzt hier, bin nicht einfach hingeflogen, weil hier war ein Briefkasten. In einer anderen Stadt nicht. Außerdem gibt es hier Quests zum Abgeben. Schauen wir doch mal. Okay, vier Aktionen. 74. Okay, für alle, denen es jetzt zu schnell ging. Ich habe jetzt 165 Gold und dieses würzige Muschelfleisch. 74 Gold hat mir das gebracht. Ich glaube, das waren 3 oder 13 oder irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Das könnt ihr auf jeden Fall farm mit dem Low Level. Gibt richtig viel Gold, seht ihr ja. Und anscheinend wird es auch gekauft, weil die zu faul sind zum Farm. Hier oben muss ich noch Quests abgeben, diese Diomanten-Kristall-Shit-Kram und diese Krokolisken... Nee, das ist was anderes. Hä, wo gebe ich denn die... ach da. Krokolisken ab? Nee. Hier. Bei dem Goblin. Was liegt an? ADF. Heftige Schuhe. Eines Alten. Ich glaube, das ist Rot und Orange vom Level her. Müsste ich mal etwas... Obwohl, nee, das ist ja nur eins. Das geht durch. Ähm, ich mache ja jetzt hier einen Cut und wir sehen uns gleich. So. Angekommen im Dorf. Wo es jetzt gehen soll? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hole mir erst mal die Haut von einem Kokospasten. Und danach probiere ich noch so ein rotes Mob zu töten. Es ist so ein Goblin auf der Insel links. Ah, naja, geh mir nicht auf den Sack jetzt. Das da. Spukinseln. Und das Schillingdontai. In aller Pracht und, äh, Fracht. Nee, was ist das denn für ein Satz? Ergibt keinen Sinn. HDF. Leute, besorgt euch einen zweiten durch. Dann macht ihr auch Schaden. Verpackt. Könnte ich einen GM melden, aber... Muss ich nicht. Nervt nicht. Wer war hier denn am Werk? Scheint noch jemand zu questen. Ob Horde oder Allianz? Wir werden sehen. Brauchen wir die nicht? Nee, da hinten gibt es die auch. Ah. Nein. Pisch. Vermisst. Das sind diese braunen Krokolesken. Da ist einer. Jetzt verzieht euch, Mann. Ich hab Besseres zu tun. Ja. Ich hoffe, das wird was. Hilf mir. Hilfe. Ich hab Missgeburt. Ah, da gibt's ja doch ein paar nette Spieler. Trotzdem müssen wir den anderen auch besiegen. Ob das so einfach wird? Dreck. Hat's sogar fast geschafft. Müssen wir ihn irgendwie beschwören und dann kommt da so ein ganz großer Wasserelementarmäßiger Spaddel. Na, fragen wir mal den. Oder ist der Afkar? Jo. Mist. Und dann haben wir die nicht am Hals und können dann probieren. Mit womit spürt man den denn gleich? Blub, 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 blub. Na, ich bin grad voll planlos. Alter, ich hab nur noch rote Quests. Ob gar nicht. Hm? Okay, müssen wir die Quests anscheinend nicht machen. Lol. Welche denn dann? Hm. Etwas Fragwürdiges. Achso, man muss die nur finden. Achso. Dann erklärt sich einiges. Mach doch endlich rein in den Tisch. Hey, der Magie, I get you, it's up. Nein. Nein. Mann, wie so. Ich hätte ein anderes Gebiet questen müssen. Damit 33 hierhin und damit 36 in mein Lieblingsgebiet. Ja, du bist gemeint. Ich weiß, dass du weißt, dass du weißt, dass ich dich gemeint hab. Hoffe ich doch mal. Das ist zu weit entfernt. Oh, mal in dieses Dorf zurück, dann hin und her fliegen. Ey, das ist doch nervig. Das schafft man ja kaum was. Wie soll ich denn da ein Level abbekommen? Ich könnte natürlich auch ein Dungeon suchen in der nächsten Folge und euch dann mal ein Dungeon präsentieren. Noch ein. Ich hab ja erst das Release gezeigt. Könnt ihr auch mal das Scharlachrote Kloster zeigen? Vor allem der erste Teil ist nicht ganz so groß. Könnte ich machen, ja. Aber doch, das gibt doch gute P. Mal schauen. Wird wahrscheinlich aber eh lange dauern. Falls wir keinen Tank finden. Oder einen Heiler. Oder beides. Ja, jetzt hör auf. Du hast eh keine Chance. Okay, eventuell schon. Leo, wir würden gern reisen. So, wie gesagt, lass ich das jetzt immer so laufen. Dann habt ihr einmal mal eine andere Perspektive. So, und noch weg. So, wie gesagt, lass es sich das jetzt auch. Und noch weg. So, dann hoffe ich. Wenn das jetzt wiederum. Dann ist das schon mal in der Lage. So, det uns jetzt glaubt. So, wie gesagt, werden clipartig. So, wie gesagt, lass ich das jetzt jetzt noch nachdenke. So, wie gesagt, Habeouульт. So, wie gesagt. So gehabt ihr eigentlich nicht. Aber das sind schon Handy, also wenig hunchuda. So, wie gesagt. So, wie gesagt, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist Level 60, Mann. Geh mal in ein anderes Gebiet rein, Vollidiot. Du bist Level 60, Mann. 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 Mhm. Mhm. Jo. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen... Äh, zu... Wieso verkacke ich das Ende immer? Fuck. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Pferd. Äh, wahrscheinlich aber wieder oben, weil ich da jetzt hinfliege. Also dann, euer DHP.